Bittgebet beim Erheben aus der gebeugten Haltung. Allah hört den, der ihn Lob preist. Unser Herr, Preis sei dir, reichliches, gutes und gesegnetes Preisen. Unser Herr, Preis sei dir, reichliches, gutes und gesegnetes Preisen. O du, der des Lobes und des Ruhmes würdig ist, das Wahrhaftigste von dem, was ein Diener über dich sagt, und wir alle sind deine Diener. Niemand kann vorenthalten, was du gibst oder geben, was du vorenthältst, und nichts nützt einem Vermögenden sein Reichtum gegen deinen Willen.